Rumblerskin Rumblerskin Was ist denn hier aus dem geworden? War das auch so ein Skandal wie mit dem Horizon Squad? Puh, ich hab keine Ahnung, was ist denn mit dem, mit dem... Hast du den Skandal ja nicht mitbekommen? Da hat mein Handy sogar hier! Ehrlich? Das ist eigentlich nicht! Keine Ahnung! Geh da mal nicht drauf ein, sonst verbreite ich hier noch falsche Informationen, das möchte ich nicht. Aber das Idyll ist zerbrochen. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Dafür brauchst du dir nie mehr TTT zu viert angucken. Das war auch ne Scheiße, wie kann man TTT zu viert spielen? Zu viert! Das ist wie... Mit einem Traitor. Das ist wie Defibrillator-Kauf bauen. Defibrillator, das ist wie Defibrillator bauen. Wir haben aber dafür 80.000 Skids, ich sehe so aus wie so ein komischer Typ aus Bonchbomb. So ungefähr waren die Folgen aufgebaut. Laten wir jetzt noch 8 Minuten darüber kaputt, dass ich so ein dicker Typ aus Bonchbomb bin. Ja, aber das ist halt die Zielgruppe, ne? Die Zielgruppe ist ja jetzt nicht... Ich mag ja einige Sachen von Gronkh ganz gerne. Also früher habe ich sehr gerne das Minecraft-Let's Play geschaut. Ich habe tatsächlich bei Folge 25 oder so angefangen. Kommentar! Achso, ich dachte, ich habe einen Kommentar erstellt. Also, als die auch rauskamen. Ja, also sehr, sehr früh dabei quasi. Ähm... Dann hier die Sims-Geschichten von Bonch. Sowohl die damals Sims 3 mit Frikadella und so. Als auch dann Sims 4 mit dem Sport-Tales jetzt voll nicht mehr gibt. Ähm... Wie machen die da der Sims 4? Schmeißen die dann irgendwie ein? Der hat ja sowieso immer gesagt, Sims 4 kommt dann demnächst wieder und kam dann nie. Das ist so ein bisschen wie meine Anfänger-Serie. Ach, wie ich also? Ja, die Anfänger-Serie kommt. Ich habe gerade in die Kamera geschaut, dabei... Coming soon, würde ich sagen. Äh... Mit Doppel-M. Nein, also ich werde mir tatsächlich jetzt in dem freien Monat, den ich jetzt noch habe, Mühe geben. Das heißt, ich kann auch nichts versprechen, aber... Ich habe auch Lust, auch noch was anderes. Das will ich aber lieber auf-cam sagen. Da bin ich jetzt aber... Da bin ich jetzt aber... Da bin ich jetzt aber gespannt. Für einen, äh... Hat das was mit einem Dude zu tun, der einen Blitz auf den Stirn hat? Ne. Aber das können wir auch machen. Der Blitz... Aber darum ging es eigentlich nicht. Es ging eigentlich um ein jährliches Event, was dieses Jahr noch gar nicht stattgefunden hat. I think I secure my invitation. Oh, da rechts ist ein Kenrush, Zyrok. Ja, geil. Äh, bau dir eine neue dritte Base hier an der Gold. Äh, so eine zweite Base, die dann deine dritte wird. Dann ignorieren wir den Kenrush völlig. Oh, du meinst Gold! Oh, oh, oh! Einmach, äh, Rotschworen vor se, äh, Beiltinger. Stit-de-de-de-de! Das ist ein guter Plan. Das mache ich auch mal. Zyrok hat Ideen! Yo! Nein, er schieß kaputt! Ja, das ist auch zu erwarten. Das ist auch zu erwarten. Wenn du da... Ach nee, du kannst leider keine Queen da mehr rausdrücken, ne? Am besten wäre es, wenn wir dann eine Queen kriegen würden, die so ein bisschen Creep noch verteilt, damit wir nicht zu... damit er nicht zu schnell zu weit creepen kann... äh, zu weit vorgehen kann mit seinen neuen Kennen. Ich krieg da keine Creep mehr... keine Queen mehr... Ich krieg keine Creep mehr raus! Ich hab mir schon angestrengt. Du musst nur hier unten links aufpassen, dass er nicht da wieder... Ja, ich hab nicht Speed vergessen. Ich hab das mit Absicht später gemacht. Ja, jetzt rush der halt kennen, ne? Ja, aber wir haben ja jetzt Creep, also er kann ja keine weiteren Kennenstar mehr bauen. Weil der Gorix wieder so einen klugen Plan hatte, ey. Ohne den Gorix hätten wir schon die 2 gegen 2 Folge schon längst verloren. Ja. Ja, du hättest uns schon wieder rumgeraged... Oh, kein Rush for Lame! Und er hat das Spiel die installiert, richtig? Ja, die Anstalt ausgebrochen! Und so. Äh, die, die. Die, 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 ey. Tchoper! Ja, ich bin zu Platin lokt. Ich hab, ähm, ich hab jetzt eine relativ hohe Road... äh, Drohnenrunde nochmal rausgehauen. Und danach würde ich jetzt Roadtuss bauen. Er baut da Steelberries. Also es wird vermutlich dann das Follow-up mit einem, ähm, ähm... Er hat es gefunden! Void Ray... Ja, das war jetzt zu wahr. Der ist mit dem Overlord schon drüber geflogen. Aber du hast doch auch ein paar Einheiten, oder nicht? Ja, ja, aber ohne Spiel. Leider. Du musst da dringend jetzt Drohnen an deiner Gold haben, ne? Sonst bringt dir nämlich eine Gold nichts. Ich weiß nicht, ob du das System an der Gold verstanden hast. So, ich fahre. Ja! Goryx! Ach, du bist der da. Kurz wollte ich ausholen, meine Hass-Tirade. Wir müssen uns den Creep-Connecten hier. Oh shit, ich bin zu klein. Der kommt jetzt wahrscheinlich in unsere Natural. Achtung mit deinen Lingen da. Oh, er hat die Lingen zum Glück komplett ignoriert. Äh, die Drohnen, meine ich. Attack-Woof. Ja, sehr gut. Die Drohnen, die Drohnen. Ich hab auch Drohnen. Ich glaub, der ist die hier. Wo sind die drei Lingen noch, die irgendwo noch dran waren? Hab ich die getötet? Nicht, dass das Banninge werden. Ja, alles gut. Zu deiner Natural, äh, also... Alter! Diddle-Diddle-Diddle! Oh, halt! Die Mortal gebaut. Der zieht ja gut aus für uns jetzt, aber richtig. Da kommt der ja jetzt hier wieder andere Seite, ne? Ja, Diddle-Diddle-Diddle! Also, ich glaub, er hat verloren. Das ist das beste Force Field ever. Ich bin da! Ich könnte immer noch an der Seite vorbeilaufen, aber ist egal. Wir müssen ein paar, mal von diesen beiden Dingern bauen, Cyrok. Cyrok kurz, äh, abhand an der Geschlechtsumwandlung. Oho! Oho! Die Goldbein noch ein bisschen. Ja, bestens noch so da mal ein, zwei oder so. Ich hab, ich hab, ja, ich hab in Kabinett seit schon gute Böse. Wo ist meine Worker hin? Ja, komm, ich kann dir ein bisschen... Wo ist meine Worker an der, an der normalen Base hin? Hier, müssen, was gebe ich dir? Meine Worker sind einfach verschwunden. Ach, ich darf dir noch nichts geben. Wir sind noch zufrieden im Spiel. Man darf erst zwei Minuten sowieso traden. Sourcat Beil, Dinger! Genau, ich würde nichts rausnehmen. Das ist genau das, Cyrok. Sourcat arbeitet. Ich brauche ein bisschen Gas. Hast du Gas über? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, du, wir dürfen nicht traden, da war ja was. So, jetzt dürfen wir... Schilder ist dort! Ja, ich habe mich drauf. Kauft, auf, drauf, drauf, drauf. Ohnei, Modelsgespott. Die Models tot. Die Models bringen dagegen, gegen die Luft, gegen die Fiezer hier nix. Ja, was ja, kein Models. Ja, aber das ist ja keine, keine Bodenlösung. Ah, nicht, keine Bodenlose Einheit ist das. Das ist ja keine gepanzerte Einheit. So, we have broken the siege of the century. Meine Gold! Splitten! Hardy! Hilfe! Splitten! Ja, rennt doch noch weiter weg von unseren Einheiten am besten. Das ist genau unser Spiel. Zark, wirf mal eine Drohnenrunde für deine Gold ein. Ja, ich habe noch keine Nerven. Jetzt habe ich wieder Nerven. Mach doch mal jetzt hier den Spritzding. Und dann pushen wir gegen. Sie müssen ein bisschen gucken, dass wir die Bailinger irgendwie nur finden, die irgendwo bestimmt random noch rumstehen von ihm. Also am besten finden wir sie ja nicht mit unseren Linken. Wenn ich explodiere, habe ich sie gefunden. Ja. Du hast übrigens noch eine Drohne in deiner Armee, die mit nach vorn rennen. Zwei sogar, die umarmen meine Ravager. Ja, aber die sollen nicht nach vorne, oder? Ich hab die auch gar nicht im Army hot gegeben. Ne, doch, die umarmen meinen armen Ravager. Ich separier mal den einen Ravager, den die umarmen, dann kannst du sie besser finden hier. Zurück! Wir brauchen euch! An der Heimatfront! Ich bin zu bleiben... Alter, das ist... mein Spiel ist das. Auf jeden Fall mein Spiel! So, hier, ich kann in Luft schießen, ich hab nämlich diese... Nicht in meinen Ball rennen, Sarok! Was ist das für ne Folge, ey? Du rennst oben rein, ich komm von links. Oh, hier ist ne Base. Ja, geil! Ich bin zu bleiben, da kann der Overlord jetzt mal hier aus... Mutas! Ja, geil! Wir müssen, äh, Schaden machen. Die Jungs! Oh, Marcelitz! Ja, Marcelitz sind ja scheißegal, fällt mir grade auf. So, dass sie keine Charge haben? Haben sie nicht? Ja, ich war irgendwann mal der Meinung, dass sie in Luft schießen können, können sie aber gar nicht. Unsere Truppen werden in die Mangel genommen. Wir müssen auf jeden Fall zwei Bases rausnehmen, ne? Also, nimm mal hier die Base vom Zerg raus wenigstens. Also, wird jetzt einfach mal aus Mutas gehen. Die Hälfte der Mutas ist tot, er ist nämlich stehen geblieben! Nein, nicht bewegen! Ach, du Arschloch! Scheiß, eine kennen hier! Okay, wir müssen uns jetzt zurückziehen. Glaube ich. Ah, nee, töte noch so viel du kannst. Töte so viel du kannst mit deinen Roads noch. Die Roads workern am besten erstmal. Und den Rest nicht mehr nach vorne schicken, Sarok. Äh, nein. So, äh, aber, äh, ja, ja, das war Erfolg. Hast du Spores gebaut? Spores, Sarok, in deiner Men und deiner Natural und überall. Ich hab nicht so viel Income, hab ich das schon mal erwähnt? Ja, aber du solltest doch zwischendurch Drohnenrunden reinhaben. Hab ich doch! Hab ich was zu klein! Deine Queen, komplette Energie. Wo? Warum tut sie das? Überall eigentlich. Warum tut sie das? Ich finde das frech von dir. Sie widersetzt sich dem Befehl des Führers. Ja, jetzt hättest du da wenigstens nicht ins Bein, ins Bohr sollst du doch bauen. So, jetzt, äh! Ja, jetzt kannst du deine Base aufgeben. Warum hast du nicht wenigstens die dritte genommen, als ich's dir gesagt habe? Nein, du hast es ja auf rumzumeckern. Der ganze Spiel läuft schon scheiße. Wie hättest du sie in der Tasche gehabt? Der ganze Spiel läuft schon scheiße. Ja, aber wir hatten das Spiel quasi gewonnen. Warum wolltest du jetzt mit allen Mitteln noch alles abgeben? Du hast wirklich aktiv alles dafür getan, dass wir das Spiel noch verlieren. Nein! Schick doch wenigstens die zwei random Drohnen, die hier stehen, irgendwo hin. Ja, am besten bevor ich... Nein, 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 nein! Nein, du musst uns sehr loten! Das ist mein Spiel. Boyerace! Aber ich kann Hydra spauen! War aber auch irgendwie suboptimal, das ganze Spiel schön. Dafür reicht die Energie nicht. Ich hab eine Base. Ja, warum baust du nicht Ich hab dir jetzt noch 8 mal gesagt Mau doch bitte eine neue Base Warum tust du es einfach nicht Ja, mit 60 Dingen Ich kann kein Hybrid öffnen Ich hab dir in diesem Spiel schon so viel Geld gegeben Das Spiel ist scheiße Baut doch jetzt bitte eine Base Jetzt halt doch einfach mal hier aus Ja, und er hat kein Geld Aber baut die Base mit einer Drohne Die noch Minerals in der Hand hat So geht das auch nix So geht das aber auch nix Hast du irgendwas noch? Ja, geh mal mit den Rops nach vorne Ja, vorne Ja, ich eile Wir brauchen mehr Mineralien Ich hab halt ein paar Larven Aber ich hab halt auch nicht viel Geld Ja, ich schon Ich bin reich Also ich pumpe jetzt alle Er hat halt relativ viele Sellits Was gegen meine Hyplastkacke ist Deshalb müssen deine Roaches hier auch gut dabei sein Wir gehen zu seiner alten dritten Base Die ist bestimmt schon wieder da Lassen sie mich durch Lassen sie mich durch Ich bin der Rock Da ist alles Jo Fang die Banning ab Geht nicht Die musst du wenig halt was Die musst du machen Zu wenig Nein, go get's Aber töte so viel du kannst in der Zeit Bitte Geht nicht, dafür brauchen wir mehr Mineralien Wir brauchen mehr Mineralien Wir brauchen mehr Mineralien Dann sind wir besser im Spiel als ich dachte Das ist okay Ich hab den falschen Knopf gedrückt So, hast du jetzt mal ein bisschen Geld Hier, bau Bass Schnell bau Drohnen Du brauchst Drohnen Ja, hey du Hilfe zur Selbsthilfe nennt man sowas glaube ich Ja, du lebst ja noch Ich wurde ja angegriffen Und die Cannon Rush Und den Klappstuhl Ich wurde auch angegriffen Vielleicht siehst du, dass meine dritte noch Die Hälfte an Leben hat Ich hab sie verteidigt Und ich hab den Klappstuhl ausgegraben Und ich hab den Klappstuhl ausgegraben So, ja, das ist mein Spiel Ich bin sogar in der Situation, dass ich Supply Block bin Das heißt, ich hab mal mehr Einheiten als schon vor langer Zeit Es läuft aber nicht so, wie ich das gerne möchte Nimm mal eine dritte Ja Ja, mach Ich bin ja hier reich Jetzt bin ich reich Wir brauchen mehr Mineralien Am besten so, dass wir die auch gegen Er verteidigen Ja, ich bin jetzt hier gegen Da vorne Ja, das meine ich damit nämlich eigentlich Cancel I have Gemacht So cancel Nehmen sie wieder Wo ist er hinten eigentlich Ja, bei mir Das Ding ist noch nicht fertig Jetzt ist es Und die dritte wieder Ja, ich muss hier verteidigen Mensch Der fliegt da Bringt nichts Der fliegt da hin Ja, ich stehe doch hier mit 80 Hydras Nimm jetzt bitte diese Base Wir brauchen sie Hör doch mal auf zu meckern Dann läuft alles viel besser Und du musst da Creep hinbringen, ne Ich bringe Ne, tust du ja nicht Sonst hätte ich es ja nicht gesagt Ja, ich hab halt nicht so viele Queens Ja, aber eine in der Natural wenigstens Ja, mach die am besten noch weiter in, damit sie nicht so widespreadet Ja, ich bin Supply Block Ja, guck toll Ich denke, du hast nie was Danke dafür Alter, OMG Creeps Red Du musst da Spores hinbringen Nein, kann ich nicht Jetzt kann ich Creeps Red Vorne Arkenpush Wo sind meine Hydras? Ach, die sind von der Seite Die sind bei mir Das ist auch optimal Er hat jetzt auch dieses Ich hab irgendwo hingeklickt Ich bin nicht mehr In the game Oh, der Gold Ich töte alles Finde ich gut Du musst in die Luft schießen Ich kann den Rissmann Mit meinen 18 Jetzt, mach Tun Nein, er macht Kann er nicht Hahaha Idiot Was ist wie gut Ja, vor allem deine dritte Gefällt mir echt gut Du bist aber vielleicht mal ein bisschen saturiert Ja, sie eilen Normalerweise Normalerweise Heißt du fährst Ich bin schon wieder Supply Block Wann ist denn los? Das ganze Spiel hab ich nix Ja, weil ich dich so gut gefeedet habe Ja, der Goryx ist aber auch ein solider Guter Teamspieler Und dann auch Das ganze Spiel Ich hab schon so viele Larven Ich hab einfach kein Geld Um es auszugeben Ja, das Geld von dir hab ich Ja Weil du mir die ganze Zeit rumweist Du könntest guter Radar sein Ich war ja eigentlich noch nie gut im Rumweinen Ich bin ja eigentlich immer ein sehr Hahaha Ich bin ja eigentlich auch bei Formel 1 War ich schon immer ein eher zurückhaltender Fahrer Ja, der auch möglichst versucht hat Seine Teammates Zu unterstützen Den Spielspaß zu lassen So, guck mal Ich nehm jetzt sogar eine vierte Ich bin so nice Wie man zum Beispiel in Monaco rückwärts fährt Oder Ja, das war nicht doch Das war meine Schuld Ja, das war absolut deine Schuld Da war ich halt schon alles vorbei Und ich dachte Ach komm Scheiße Ja, toll Dadurch hast du mein Rennen zerstört Und dann bist du tatsächlich noch gefahren Alles wird in die Zange genommen Titis Ja, geil Hast du, hast du Detektion? Natürlich Ich hab doch 80 Sportcrawler Weil er 80 Mutas hatte Alter, der Gurix Der ist ein Fuchs Ein Trainerfuchs So, er hat übrigens weitere Mutas gebaut, ne? Geil Was eigentlich ziemlich dumm von ihm war Die Overlord, Overlord, Overlord Mein Gott So, wie sieht's denn jetzt bei dir mit der Armee aus? Ja, äh Wie viel Armee hast du? Hydras kommen Ich habe 74 Armee Ich bin bei 174 Ja, ich wurde angegriffen Ja, ich auch Wie du gerade siehst zum Beispiel Das war nicht der beste Zeitpunkt Die greifen dich immer an, wenn du genau da stehst Das ist ja sinnlos Das stimmt, ich stand woanders Ich habe nur schnell reagiert Das ist ein Skill in diesem Spiel Ich weiß nicht Du kennst den nicht, aber So, lass mich mal an Also ich bin jetzt gemaxed Ich geb dir jetzt alles Geld Baue erst Overlords und dann Einheiten Wir brauchen jetzt hier Wir brauchen dich Ich werde gepusht Ja, du stehst wieder mal da Bitte Bitte Jetzt kommt er von Fromse Front Das ist Öff öff Wer war da gleich nochmal mit dem Öff? Die Mutter von Urmel Die Mutter von Urmel Wie hieß Öff öff? Alles klar Nee, das war so ein Schwein Wie hieß das denn? Gerade in der Ich weiß nicht Ähm Dirk Bach Nee, Dirk Bach war da Wutz gestimmt Im Zweifel Hier ist es Wutz Gastiger Wutz Bobby Wutz Der Spiel war HSV Nee, das ist Wutz Nein, das ist Wutz Das ist wie der Kapitän bei Harry Potter's Quidditch Mannschaft Hast du jetzt gemaxed? Nein, 185 habe ich Ja, wir sollten jetzt gemaxed pushen Du hast wie viele Overlords? Sehr gut Vier meine ich Over Cyanne Ich kriege auch mittlerweile wieder ein bisschen Geld Außer Gas Rock, wo rennen sie hin? Äh, geradeaus Dem, dem Sieg entgegen Ich wollte hier so rum Eigentlich Okay Dann gehen wir Die Kurve ist nämlich immer da gerade durch Neidus Geil Egal, push Er hat uns gesehen Macht nix Ich hab Lurker Bei dir ist der Neidus Ja, der, der Gorock hier Ja, mit 8 Drohnen Das wird ausreichen Alter, wie wir den jetzt zerficken Äh, nicht Zyrock Ja Ich brauch doch Monetarisierung Schick das doch an WMG oder was Ja, wenn er zu weitermacht Dann wird das aber nix Ja, aber er ist in unserer Mainbase Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast Ja doch, aber passt schon Jetzt hat er den Angriff gestartet Ich hab halt Ich kann Ich bin halt gemaxed, ne Also alles, was wir an Reinforcements Ich mittlerweile auch Äh, die 191 Nicht alles nach vorne schicken, bitte Sondern die Reinforcements hinten halten Ja, die zwei Stück Ja, besser als einer Ja, Swann Hör auf dich jetzt mit allem zu beschweren Was ich mich beschweren kann Ich kann halt grad nur Drohnen bauen, ne Da sind die Mutters Töte sie Ultras Das ist eher suboptimal Aber wenn du die Mutters alle tötest Haben wir das Spiel gewonnen Da bin ich mir ziemlich sicher Alles schaff ich nicht Bauen neuen Pool und sowas, ne Alles schaff ich nicht Ich müsste doch eigentlich mittlerweile auch irgendwo was geschlüpftes hier hinten haben Wir bauen einen neuen Pool Wo ist das hier schlüpfte? Hast du einen Pool gebaut? Ja, er ist im Bau Könnte man meinen Ja, okay Aber ich hab ziemlich viele Mutters mitgenommen Nicht so viel wie ich gerne möchte Aber doch schon Ja, wenn du noch was Neues hast Dann pushen wir jetzt nach oben rechts, ne Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen Ich lass ein bisschen was hinten Ich kann jetzt auch gleich endlich wieder Linke bauen Das andere ist noch nicht, aber das ist egal Ich kenne kein Rock Ich komm gleich, ich hab noch den Rock hier Hört sich blöd an Kolosse Ja, geil Der Rock, wo bist denn du? Warte, der Rock ist gleich durch Jetzt komm ich Unsere Verbündeten werden angegriffen Mollen Irgendwie müssen wir den Koloss vernichten Ich hab einen kaputt gemacht Ohohohoho Ich hab Ich habe Über Problem Ich kann halt gerade nur Linke bauen Als Reinforcements Deshalb würde ich jetzt spontan sagen Wir ziehen uns erstmal ein bisschen zurück Okay Cool, Lucy Ey Wann ist denn nicht dieser Roach Warren durch? Mein Roach Warren steht noch Kann er vergessen Nee, er hat ja erst meine Base abgenommen Weil ich werde ja immer angegriffen Und nicht du So, ich bin wieder gemaxed Ja Brauchst du was? Gas Sollste kriegen Zumindest ein bisschen was Dankeschön, Monsieur Gorix Aufs Geilheit Aufs Rock Und dann Mars Ultras mit 5,3 Ja, kriegen wir hin Ja, das Problem ist, von oben wird jetzt gleich der Tos kommen Aber ist egal Er ist weg Er ist verschwunden Und ich bin wieder allein, allein Nein Nein, das ist das Lied Lass mal pushen Nach vorne einfach Ja, ich eile Irgendwo Bases suchen Oder dann nach unten wahrscheinlich Also irgendwo müsste er noch Oh nee, er hat ja noch eine Main Da ist doch eine Base Ich habe Wir werden hinten gepusht Das ist egal Maskulos Ja, wir können jetzt gleich nochmal los Das ist der Zarok Wo bist du? Hilfe Ich, äh Wo bin ich? Wo laufen die lang? Hilfe Ich bin da Wer noch? Ja, währenddessen bin ich halt jetzt leider tot Wenn wir mal wieder Warum greifen wir nie zusammen? Hallo Das kann doch nicht so schwer sein Dass wir mal zusammen angreifen Ich hoffe, du hast jetzt noch ein bisschen anti-air Weil ich kann keine bauen Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt Aber dieses Spiel hätten wir nicht verlieren müssen Aber Zarok will immer nicht zusammen Ich bin doch bei ihm da vorne Ich war doch da Kann ich doch nichts für Wenn die Scheiß-Einer hätten da irgendwie Hier oben rechts und so Tschüss Hier oben rechts und so Tschüss Gut Das ist ja schon ein paar Mal Ich bin doch